schön dass du wieder eingeschaltet hast heute geht es um eine stil 462 c die säge habe ich defekt erworben in der artikelbeschreibung stand griff defekt gefühlt einiges defekt also griff tank griff vom tank griff heizung weil da was abgerissen ist kettenrad deckel defekt ja und der griff von der kette bremse motor soll noch laufen 1a bis der verkäufer sagte bis zum schluss gelaufen nur dass dann halt ein baum rauf gefallen ist ja und jetzt schauen wir uns das ganze mal an als erstes schauen wir hier mal den griff ab ich habe die säge vorher nicht gestartet also konnte ich ja auch logischerweise nicht ohne die ganzen gashebel und die einstellung ist es ein bisschen schwierig und ich habe mich einfach mal darauf verlassen dass der besitzer behalten hat dass die säge noch läuft habe ich unten drunter noch gesehen dass da auch öl drunter ist also irgendwas leckt aber ich denke mal es ist nur der ölverschluss und nicht der das gehäuse an sich hatte erst angst dass es das gehäuse also dass das gehäuse auch noch beschädigt ist aber es scheint nur der verschluss zu sein ja alles abschrauben und griff die ganzen schrauben lösen es ist leider auch wo ich die säge in anschein genommen augen anschein genommen habe mehr kaputt als in der artikel beschreibung stand oder das was mir der verkäufer gesagt hat trotzdem ist es noch okay für das was ich bezahlt habe weil das hauptproblem ist bei solchen sägen wenn die einen kolbenfresser haben dann ist meistens auch das gehäuse beschädigt weil da in dem gehäuse so ein ich nenne es jetzt mal aluminium nupsi ist und beim kolbenfresser wird ja meistens mit beschädigt und der muss aber zwingend da sein der bricht auch ganz leicht ab das heißt wenn ihr irgendwelche maschinen habt wo drin steht ja 462 kolbenfresser und ihr keine bilder dazu habt dass die finger davon weil wenn dort das gehäuse beschädigt ist könnt ihr beide gehäuse teile auf neu machen und das ist ein absoluter wirtschaftliche total schade ich glaube ein gehäuse teil kostet 200 euro das heißt zwei stück 400 euro plus kolbenzylinder 350 euro bis seid ihr ganz roundabout mal bei 57 euro könnt ihr fast schon eine neue säge kaufen aber zum glück war das hier nicht der fall sondern nur ein paar andere teile ja wie man sieht jetzt die haube runter die säge hat gearbeitet aber das wurde auch so gesagt und bei dem zustand war das eigentlich auch klar dass sie gearbeitet hat sie soll nur privat genutzt worden sein und jetzt zeige ich gerade den neuen griff also wie gesagt bei der jetzigen zustand ist noch eine griffeheizung verbaut bei dem umbau wird keine griffeheizung mehr verbaut das hat zwei gründe a wollte ich keine und b ist bei dem neuen griff macht es auch keinen sinn da eine griffeheizung zu verbauen jetzt wird erstmal der anwerfdecke sage ich schon bald der deckel vom lüfterrad abgebaut um ein bisschen mehr zu erfahren und auch die teile zu reinigen weil der zustand schon starke verschmutzung gewesen ja das macht eigentlich nichts wenn man die teile reinigt geht das alles genau jetzt seht ihr was darf an so einer säge nie fehlen gefühlte zwei kilo dreck nein ist halt so bei benutzten sägen die nur durchschnittlich gereinigt wurden passiert also ich meine nicht jeder zerlegt er seine säge komplett um sie komplett zu reinigen macht man vielleicht einmal im jahr aber nicht jeden zweiten tag aber das ist eigentlich ganz cool gelöst bin ich wie man den tank und abschrauben kann kann man jetzt einfach durch eine schraube die dadurch noch mit einer feder aufgehängt ist tank ist an der feder aufgehängt nicht die schraube und sieht dann noch die kraftstoff schläuche ab beziehungsweise er hat den kraftschlauch und den überlauf und hat dann den ganzen tank inklusive griff in der hand muss natürlich das musste ich jetzt nicht machen aber wenn man das griffstück noch drin hat muss man natürlich auch die hebel zum vergaser hin lösen genau der ist wie gesagt schrott da ist auch nichts mehr zu holen das einzige was man verwenden können ist die feder die ist auch bei dem neuen nicht mitgeliefert also die muss man auch wieder verwenden so schauen wir uns das ganze mal genauer an jetzt bei dem kettenraddeckel der war ja auch beschrieben dass der defekt ist auch äußerlich defekt also da kommt definitiv ein neuer nur was unter dem kettenraddeckel war das war jetzt so nicht beschrieben und ist auch ganz interessant erstmal haben sich die muttern da irgendwie verklemmt verkeilt keine ahnung was die saßen ganz komisch fest ich denke mal dass er irgendwie ein bisschen verbogen war durch den aufprall aber es machte nichts hauptsache wir haben es runter gekriegt und der kommt ja eh neu so ich dachte erst dass die stehbolzen da noch verbogen sind waren sie aber nicht oder was ich jetzt sagen kann sind sie auch nicht und jetzt ich habe kein ring gelöst und direkt die kupplungsglocke in der hand gehabt ja genau und nadellager aber auch nicht drinnen also splint fehlt nadellager fehlt dann habe ich die scheibe darunter genommen und die kupplung in tracht gezogen so jetzt die scheibe runter und was man jetzt sieht ist erstmal jetzt sieht man es noch nicht erstmal ein bisschen holz nachlegen da damit die werksteuer auf warm bleibt relativ kalt gewesen zu der zeit also ich nehme das hier im nachhinein auf weil die andere tonaufnahme leider nicht zu gebrauchen war ich nehme die kupplung schlagschrauber runter man hätte jetzt natürlich auch den kolben blockieren können und ganz normal schlüssel unternehmen können ich habe sie mit dem schlagschrauber gemacht hat bei mir bisher eigentlich immer gut funktioniert aber diesmal sie sah wirklich bombenfest war übelst wackelig das dachte ich schon so keine kupplung ist normalerweise so schaukelig wackelig und sitzt so bombenfest stufe 2 geschaltet und dann ging sie aber runter und ja die war auch leider teilweise defekt also man sieht das jetzt dass diese hin und her wackelt und da war ein teil ich weiß nicht wie man die genau nennt da war so ein halter der die einzelnen kupplungsbacken zusammenhält war defekt der wird natürlich auch ausgewechselt und die federn werden auch ausgewechselt allgemein hätte man eventuell die ganze kupplung auswechseln können aber ich wollte jetzt bei der säge nicht alles neu machen und außerdem wollte ich mal ausprobieren ob die kupplung noch geht oder nicht ich glaube die kupplung hätte irgendwas um die 38 euro gekostet und diese eine halter mit den federn hat irgendwie sieben oder acht euro gekostet zum ausprobieren auf jeden fall ok und also sie funktioniert noch ich hatte die säge jetzt schon ein bisschen im einsatz und ja der ansatz runter ich habe vorher noch nie an so eine 462 geschraubt deshalb war es auch ganz interessant die ganzen schrauben mal zu finden unter dem dreck weil wenn man an sägen schon geschraubt hat weiß man logischerweise wo ungefähr die schrauben liegen müssten um gewisse teile los beziehungsweise festzubekommen aber wenn man das noch nicht gesehen hat im originalzustand ist immer schwierig oder interessant wo so manche schrauben versteckt sind aber die meisten sägen sind ja irgendwo ähnlich aufgebaut findet sich das eigentlich relativ schnell also für die schrauben Untertitelung des ZDF, 2020 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 ganzen dreck wegkriegen und jetzt wollte ich die abdeckung kriegen da fehlte noch eine schraube der seite das war auch interessant einmal tx27 und ein paar schrauben waren tx20 auch nicht bei so vielen sägen meistens hat man fast eigentlich alles tx27 wollte ich die kunststoffteile abbauen damit ich reinigen kann aber b das werdet ihr auch im nächsten video sehen werden die kunststoffteile auch farblich umgestaltet und da war jetzt auch so ein kurzer schockmoment weil der ansaugstürzen war komplett lose auf dem zylinder an dem zylinder und der ring der das ganze befestigen soll war auch lose und da fehlte auch oder da fehlte die schraube die den ring quasi spannend da dachte ich erst so ist doch jetzt mehr kaputt oder hat da jetzt schon doch wer war anders herum geschraubt aber ja keine ahnung wie der losging auf jeden fall konnte ich für den ring noch eine schraube finden und ja habe dann erst mal gehofft dass nichts weiter kaputt ist und nur diese schraube irgendwie sich gelöst hat wie das passieren soll frage ich mich auch aber das ist natürlich blöd wenn ansaugstürzen nicht richtig drauf sitzt zieht die säge falsch luft springt erst gar nicht an oder sonstiges geht eigentlich gar nicht so jetzt konnte ich auch endlich dieses kunststoffteil abnehmen noch den ich glaube es war der kraftstoffschlauch runtergenommen jetzt ging es an die kettenbremse da war leider auch oder ist leider auch das kunststoffteil die abdeckung schon sehr naja durch die kette zerstört worden also ihr seht auch unten den kettenfänger da wo ich gerade mit einem schrauber hingehalten habe der kettenfänger ist auch nicht mehr vorhanden also da ist wohl öfter mal die kette abgesprungen aber man konnte die teile noch verwenden und ja also den kettenfänger auf gar keinen fall der muss erneut werden bzw eine andere lösung für gefunden werden jetzt bauen wir das alles nochmal ab genau und das ist auch ein guter tipp wenn ihr an solchen sachen rumschraubt und ihr nicht hinterher ewig suchen wollt wo welche schraube jetzt war schraubt die sachen in das gewinde wieder rein wo ihr sie raus geschraubt habt wenn es geht weil dann müsst ihr nicht suchen und könnt die sachen ganz einfach wieder anbringen und was auch hilft ist sowas was ich hier gerade mache einfach oder was ich gemacht habe einfach ein video aufnehmen ihr müsst es ja nicht in irgendeiner form oder art und weise veröffentlichen aber für euch selber kann das sehr hilfreich sein gerade bei schrauben kleinteilen oder auch was immer fummelig ist wenn man die hebel für den gas hebel wenn man die hebel einbaut wie rum welcher hebel gedreht wird oder wo der jetzt rein kommt ja genau also hier ist mal wieder viel zwei kilo direkt drin okay so 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, jetzt wollen wir mal einen Blick auf den Zylinder werfen. Ja, dazu die Abdeckung runter. Da waren auch einige Schrauben, die zum Beispiel sehr, sehr fest. Also, haben wir fast den Bit abgerissen. Das war nicht so cool. Und da ist auch schon eine Macke drin gewesen, aber es ist ja beim Auspuff nicht weiter schlimm. Ähm, ja, ähm, so. So, Schraube ist raus und ich war echt gespannt, ähm, wie der Zylinder und der Kolben aussieht. Ob da irgendwelche Laufspurenriefen drin sind oder ob der wirklich noch top in Ordnung aussieht. Weil die Säge ist ja schon einiges gelaufen. Jetzt muss natürlich der Rest auch noch runter vom, äh, Auspuff. So, nachdem jetzt alles runter war, erstmal wieder kleiner Schockmoment, weil irgendwie war die, ähm, die Dichtung war nicht da oder hat sich schon zerlegt oder so. Dachte ich schon, wir hätten da jetzt schon wieder dran umgeschraubt. Aber, ähm, wie ihr sehen konntet, war, war die Zylinderfläche gut.